Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsame kreuzfahrten.de bringen wir dich auf den richtigen Kurs. Und damit willkommen zu einer neuen Vlog-Reihe hier aus Italien, denn hinter mir liegt sich schon die Costa Smeralda. Unglaublich groß, 337 Meter lang, Platz für über 6000 Passagiere. Das natürlich im normalen Betrieb, jetzt in Corona-Zeiten dementsprechend weniger. Ja, es ist momentan so, dass heute, der 16. Mai 2021, das Land Italien wieder aufgemacht hat für Touristen, so dass eben auch vor der Einreise hier oder während der Einreise keine Quarantäne mehr nötig ist. Und gerade heute bin ich jetzt auch hier, so dass es jetzt gleich an Bord geht für eine Woche entlang der schönen italienischen Häfen. Es geht nach Neapel, nach Messina, nach Cagliari, Las Becea und Savona. Ich werde euch hin und wieder mitnehmen auf Landausflug. Und natürlich eben auch hier auf dieses ganz besondere Schiff. Es basiert ja auf dem Grundkonzept der AIDA Nova. Es gibt also viele Gemeinsamkeiten hier an Bord, aber auch eben viele Unterschiede. Und das möchte ich mir gemeinsam mit euch anschauen. Ich bin gespannt hier auf die nächste Woche an Bord der Costa Smeralda. Es ist jetzt eben erst mal so, dass man vor dem Check-In vier Stunden auf den PCR-Test warten muss. Denn ja, Deutschland ist momentan auf der Risikoliste von Costa, so dass die Gäste, die aus Deutschland einreisen, erst mal einen PCR-Test machen müssen. Andere Gäste, also italienische Gäste zum Beispiel, können eben mit einem Antigen-Test relativ schnell durch. Das dauert 15 bis 20 Minuten. Naja gut, immerhin kann man draußen warten hier. Und es ist ja auch gut, wenn die Sicherheit ordentlich geprüft wird, dass alle auch negativ getestet sind. Dennoch ist es natürlich jetzt erst mal so ein bisschen ungewohnt und etwas blöd, sage ich mal, dass man jetzt vier Stunden warten muss. Aber ja, es dient eben der Sicherheit. Und es ist aktuell so. Und man muss das auch vor der Buchung. Also es ist jetzt keine Überraschung. Also man weiß eben, worauf man sich derzeit einlässt. Kabine 10.024 ist dann jetzt die Kabine für die nächste Woche. Nach etwa vier Stunden Wartezeit jetzt beim PCR-Test geht es jetzt endlich an Bord. Ja, und der erste Eindruck hier von der Kabine. Schon mal richtig schick, also sehr modern und auf jeden Fall ganz anders, als man es von den älteren Costa Schiffen kennt. Hier ist dann ein Sofa, das auch zum Bett umfunktioniert werden kann. Das Doppelbett. Gegenüber dann ein Fernseher mit einem schicken Bild hier aus Italien. Hier dann noch ein Schreibtisch. Ja, also grundsätzlich natürlich, wie man es kennt. Wenn wir nochmal auf den Balkon schauen, da sind zwei Stühle, die jetzt auf den ersten Blick nicht allzu bequem wirken. Relativ einfach sind Klappstühle, glaube ich. Kann man dann platzsparend zusammenklappen. Und das macht aber einen sehr hochwertigen Eindruck hier. Und dann schauen wir noch mal kurz ins Bad. Übrigens mit Tageslichtfenster kann man auch zuziehen, wenn man möchte. Schauen wir noch mal rein. Oh ja, auch sehr schick mit interessanten Boden, aber eine tolle Gestaltung und auch erstaunlich großfähig finde. Also hier ist wirklich toll geworden. Nach einem ersten kleinen Snack, der natürlich italienisch ausfallen muss mit Tagliatelle Bolognese, hier mal einen Blick in das Kolosseum. Das ist ja hier so ein bisschen das Theatrium, wie man es jetzt von der Ida Nova zum Beispiel kennt. Also bei drei Decks ein 360 Grad Theater, aber es ist nicht das einzige. Es gibt zusätzlich vorne auch noch eins. Das schauen wir uns dann in den nächsten Tagen nochmal an. Vom Design aber wirklich alles sehr, sehr schön. Modern und schick gestaltet hier. Die ersten Eindrücke sind schon mal richtig gut. Nun möchte man ja an Bord von Costa Smeralda ja das italienische Feeling einer Kleinstadt vermitteln. Was darf dann natürlich nicht fehlen? Ein Museum. Dementsprechend gibt es hier ein kleines, wobei so klein ist es gar nicht, ein italienisches Museum mit der italienischen Geschichte, einigen besonderen und typischen Kunstwerken und so weiter. Also sicherlich ganz interessant hier mal durchzulaufen. Nun sind auch schon die ersten Stunden an Bord vergangen. Ja es ist ja ein riesiges Schiff. Dementsprechend gibt es extrem viel zu entdecken. Ich habe jetzt erstmal die ersten Eindrücke auf mich wirken lassen und muss wirklich sagen, dass es eben sehr schön ist. Zum Beispiel auch hier hinten Terrassa Superba. Das ist ja hier der Bereich, wo man dann hinten auch draußen sitzen kann. Unten auf dem Deck und dort oben zum Beispiel, wo haben wir ihn. Da ist dann der Skywalk. Also wirklich wahnsinnige, wahnsinnige Dimensionen hier auf diesem Schiff. Und es ist jetzt 19 Uhr, so dass es dann gleich auch schon zum ersten Abendessen geht. Also die mit Sicherheitsübungen Einweisung für deutsche Gäste. Es sind übrigens 20 deutsche Gäste an Bord und 1200 insgesamt auf einem Schiff, wo sonst 6500 maximal drauf gehen. Es ist eben so, dass heute am 16. Mai die italienische Regierung dann ja auch die Restriktionen für touristische Reisen hier ein bisschen gelockert haben. Dementsprechend ist es ab heute auch erst eigentlich wieder möglich, richtig aus Deutschland einzureisen. Und ja, dementsprechend ist es halt auch noch relativ leer hier hinter mir, wie man sieht. Aber gut, ich bin gespannt aufs Abendessen. Ich habe eben schon mal geschaut. Es ist ein sehr schöner Platz. Man hat ja hier auf der Bordkarte einen festen Tisch zugewiesen für die Reise, wo man dann jeden Abend speisen kann. Tagsüber kann man dann die Plätze und Restaurants auch frei wählen. Aber abends ist das eben schon vordefiniert, vorbestimmt. Das erste Abendessen jetzt hier schon mit grandioser Aussicht auf das Mittelmeer. Wirklich eine tolle Abendstimmung. Und die Vorspeise ist auch gerade schon gekommen. Geräucherter Thunfisch mit Forelle. Ja, und natürlich dazu der Blick hier auf die Heckwelle ganz hinten auf Deck 6 hier am Restaurant. Guten Morgen hier am ersten richtigen Tag auf der Costa Smeralda. Wir haben gerade den Neapelfest gemacht. Ja, gestern Abend habe ich mich dann gar nicht mehr bei euch gemeldet. Es ist eben so, dass es auch ein relativ anstrengender Anreisetag war. Und die ersten Eindrücke auf diesem großen Schiff natürlich erstmal wirken müssen. Und trotzdem ein tolles erstes Abendessen gewesen. Hat sehr gut geschmeckt. War positiv überrascht auch von dem Ausblick eben hinten. Dann noch ein bisschen erste Eindrücke vom Kolosseum wahrgenommen mit der Schau, die dort gezeigt wurde. Auch sehr interessant gewesen. Und ja, dann auch ins Bett gegangen. Um dann heute fit zu sein für den Tag hier in Neapel. Eigentlich war ein Ausflug nach Sorent geplant. Die Mindestteilnehmerzahl dafür wurde leider nicht erreicht. Sodass es jetzt in Anführungsstrichen nur ein Ausflug hier nach Neapel geworden ist. Ich bin gespannt, was dieser Ausflug zu bieten hat. Letztes Mal, als ich vor ein paar Monaten hier war, habe ich einen Spaziergang gemacht durch die Stadt. Und heute ist es glaube ich ein Mix aus Spaziergang und Busfahrt. Also vielleicht noch mal ein paar neue Eindrücke mit dabei. Wir gehen gleich an Land. Vier Stunden geht der Ausflug. 30 Euro pro Person. Also durchaus ein fairer Preis, wie ich finde. Und bin gespannt, was Neapel zu bieten hat. Und danach schauen wir uns natürlich weiter hier auf der Costas Meereide auf. Bis zum nächsten Mal. Es heißt ja so schön, Ende gut, alles gut und so war das auch mit dem heutigen Ausflug, denn erst wurde ja der Ausflug nach Sorrent abgesagt, dann hieß es 10.45 Uhr, dann hieß es dann plötzlich nachmittags, aber wir konnten dann doch noch um 10.45 Uhr mitfahren. Auf den Ausflug durch Neapel war auch sehr schön, muss man wirklich sagen, eine Rundum-Tour, einmal mit dem Bus erst über auf den Berg hinauf, dass man auch immer auf die andere Seite des Golfs von Neapel schauen konnte und dann nochmal ein schöner Spaziergang durch die Stadt, kann man wirklich sehr empfehlen, vor allem für 30 Euro, wirklich absolut fähig. Ja, jetzt hier im Buffet-Restaurant zur Stärkung am Mittag, es ist aktuell kein Buffet, alles findet hier am Platt statt, also alle Gänge werden serviert, da hat man dann hier einen QR-Code auf dem Tisch, das kennt man dann ganz einfach mit dem Handy, das Essen und heute Abend, auch heute Mittag wieder eine tolle Auswahl, zum Beispiel Lasagne oder auch eine Troutanrolle, Gemüsesuppe, Spaghetti, Rindfleisch, Erdbeermousse, also wirklich eine tolle Auswahl an Speisen, die man eben übersichtlich dann hier auf der Karte hat und dazu gibt es natürlich hier eine Brotauswahl, Focaccia mit Olivenöl zum Beispiel, also typisch italienisch und freue ich mich jetzt auf die Stärkung am Mittag. Besonders gelungen finde ich hier hinten auf diesem Schiff auch die spanische Treppe, da haben wir zum einen ganz hinten einmal den Skywalk, wo man nach unten in schwindelerregender Höhe runterschauen kann durch den Glasboden und dann haben wir hier eben die spanische Treppe, wo man sich setzen kann tagsüber, wo man sitzen kann, um eben einfach die Sonne zu genießen oder eben auch auf dieser kleinen Bühne Veranstaltungen zu verfolgen und drumherum eben auch genügend Liegeflächen, um einfach den Tag zu genießen. Also ein cooler Bereich, der sehr speziell und besonders gestaltet wurde, finde ich, und einfach zum Verweilen einlädt. Natürlich gerade, wenn man auf See ist und auf die Heckwelle hier hinten schauen kann oder eben auch jetzt hier auf die Kulisse von Neapel. Toll ist eben auch im hinteren Bereich, dass das Schiff ja hier mit Flüssiggas, also mit LNG, angetrieben wird, das ist eben der Vorteil, dass es jetzt nicht zu großer Geruchsbelästigung oder zu Geruchspartikeln hier kommt. Denn LNG ist ja gerade so der modernste Antrieb für Kreuzfahrtschiffe, den man überhaupt bekommen kann. Es gibt natürlich auch noch Wasserstoffantriebe, aber die haben sich eben noch nicht durchgesetzt auf den Kreuzfahrtschiffen. Dementsprechend ist die LNG hier schon so mit das Moderne, was es aktuell gibt und von daher auch hier hinten im Bereich eben wunderbar zu genießen. Nach diesem sehr sonnigen Nachmittag hier an Bord im Hafen von Neapel ist es jetzt soweit. Kostas Meraida verlässt jetzt gleich den Hafen und wir machen uns auf den Weg nach Messina auf Sizilien, wo wir dann morgen Vormittag ankommen werden. Also steht erstmal wieder eine angenehme Versiegelung an hier auf dem Mittelmeer. Heute Nachmittag wirklich toll gewesen. Diese vielen öffentlichen Bereiche auch auf dem Pooldeck. Es gibt ja insgesamt drei große Poolbereiche. Zum einen der Pool vorne, dann gibt es Pools hier im hinteren Bereich, hinter dem Schornstein und dann nochmal der überdachte Bereich mit dem Pool, wo man dann eben auch bei schlechteren Metern sich aufhalten kann. Das ist wirklich super. Und Liegebereiche zusätzlich dann auch nochmal unten auf Deck 7 und Deck 8, wo man dann nochmal sonnige Momente auch genießen kann, sodass dieser Nachmittag hier wirklich bestens auszuhalten ist und gerade bei dieser geringen Auslastung momentan genug Platz für jedermann. Jetzt ist Ablegen ein toller Spot hier eben auf dem Skywalk sozusagen, wo man dann diese Glasflächen unter sich hat. Also wenn man mal hier runterschaut, das ist wirklich eine schwindelerregende Höhe. Aber zum Ablegen wirklich dann auch einer der schönsten Spots, wie ich persönlich finde. Und das Ablegen schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ein toller Abschluss des Tages, der natürlich mit dem Abendessen begonnen hat. Wirklich sehr lecker gewesen. Vier Gänge gab es heute Abend. Das Highlight war definitiv das Rinderfilet von sehr guter Qualität gewesen. Das Service-Rowings auch immer richtig toll und dazu dann der passende Sonnenuntergang. Also man kann es wirklich kulinarisch hier nur loben bisher an den ersten beiden Tagen. Ich bin gespannt, was noch folgt. Zumal auch noch einige besondere Spezialitäten-Restaurants anstehen in den nächsten Tagen. Da werde ich euch natürlich dann auch wieder mitnehmen. Ja, und anschließend dann noch eine spannende Schau im Kolosseum. Auf jeden Fall sehr modern und futuristisch gewesen. Ein toller Einsatz der modernen Technik, des LED-Screens und natürlich auch der ganzen Umrundungen der LEDs. Also es war eine besondere Show mit einem ferngesteuerten Fahrzeug sogar, wo jemand drin saß, noch mit dabei. Dass er eben super in die Show integriert wurde. Absolut modern, aber vielleicht ein bisschen anders, als es der typische deutsche Geschmack von den deutschen Kreuzfahrtschiffen gewöhnt ist. Aber nicht weniger interessant, also eben mal was anderes, so ein bisschen abwechslungsreich. Und von daher durchaus auch sehr empfehlenswert, sich das mal anzuschauen. Gerade jetzt vorne im klassischen Theater, das es ja zusätzlich gibt, auch noch eine Show angeschaut. Das war jetzt eine Magiershow. Ist dann eben ein bisschen schwierig, wenn der dann auf Italienisch anfängt zu sprechen. Das kann man dann nicht so verstehen, ganz klar. Aber Magie versteht man ja teilweise auch ohne Worte. Ja, das war ja heute ein toller Tag hier in Neapel. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Messina, wo wir dann morgen ankommen werden. Und da nehme ich euch mit auf Ausflug und auch nochmal mit auf einen halben Seetag hier an Bord des Schiffes. Der nächste Tag hier im Hafen von Messina beginnt dann mit einem schönen Frühstück. Es ist so, dass man hier die digitale Speisekarte wieder hat und dann hier verschiedene Kombinationen bestellen kann. Das geht dann von Mix 1 bis Mix 7. Das macht es im Kellner dann auch so ein bisschen einfacher, die Bestellung direkt kurz zu erfassen. Da hat man dann zum Beispiel auch gekochten Schinken, Milano-Salami, Croissant, Räucherlachs, alles schon vorbereitet sozusagen im Mix. Dann gibt es Brot, Obst, Marmeladen, Cerealien, Joghurt, warme Speisen, zum Beispiel auch Omelette oder Rühreier. Und Getränke gibt es natürlich auch. Und das Tolle ist jetzt wirklich hier, dass es morgens, es ist jetzt halb neun, sehr sehr leer ist, so man hier wirklich entspannt frühstücken kann, ohne jetzt irgendein Infektionsrisiko zu haben. Also Abstand einhalten ist jetzt hier gar kein Problem gerade. Das ist so eine Zeit, wo es eigentlich relativ voll sein sollte, denn die Ausflüge beginnen jetzt hier auch gleich. Nun gehört Messina ja zu einem der schönsten Häfen von der Kulisse her in Italien, wie ich finde. Zum einen hat man hier natürlich ein direkt schönes Stadtbild. Man liegt auch sehr zentrumsnah, sodass dann gleich auch ein Spaziergang durch die Stadt ansteht. Natürlich dann eben momentan auf geführte Art und Weise, also nicht auf eigene Faust. Und wir haben dann hier auf der anderen Seite des Schiffes eben auch die Straße von Messina direkt zu sehen. Also das Festland Italiens ist ja hier so nah an Sizilien dran, dass es eben eine Meerenge dazwischen gibt, wo die Schiffe auch durchfahren. Heute Mittag gegen 14 Uhr verlassen wir dann auch den Hafen und werden diese dann auch passieren. Gehört definitiv auch zu einer schönen Passagen des Mittelmeers. Und jetzt geht es gleich erstmal auf Ausflug, zwei Stunden für 30 Euro pro Person durch Messina. Musik 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 Messina ist ja nicht allzu groß, sodass man in zwei Stunden schon einen guten Überblick über diese Stadt bekommt. Es gibt ja nun wirklich einige schöne Plätze und Gassen auch hier. Wir laufen jetzt bei diesem Ausdruck leider relativ viel nach Hauptstraßen. Also wenn es mal wieder möglich ist, hier individuell unterwegs zu sein, kann ich euch nur empfehlen, die kleinen Gassen mal durchzulaufen. Da kommt der ein oder andere schöne Platz, der dann wirklich sehr überrascht und begeistert. Trotzdem ist es eben ein sehr kleiner Ort. Dementsprechend sieht man halt überall auch die Costa Smeralda im Hintergrund. Und zum Beispiel hier auch auf dem großen Platz mit dem Dom hat man immer hier den gelben Schornstein mit dem Blick von der Costa Smeralda. Zurück an Bord nach einem kleinen aber feinen Ausflug mit einigen schönen Stellen und Plätzen hier in Messina. Machen wir uns jetzt auf den Weg nach einem halben Tag im Hafen. Also haben dann einen halben Seetag heute auf dem Weg nach Cagliari auf Sizilien. Ja, bis dahin erstmal noch gleich die Panoramafahrt hier durch die Straße von Messina. Das ist ja eben eine tolle Meerenge zwischen Sizilien und des Westlands von Italien. Und bestes Wetter, herrliche Temperaturen. Und das schon im Mai. Toll natürlich auch heute wieder hier die Piazza di Spagna, um einfach hier das Ablegen zu genießen. Und diese einmalige Kulisse mit dem grünen Berghängen und dem blauen Meer dann auch zu genießen. Bis zum nächsten Mal. Hier an Bord gibt es einen 360 Grad Umlauf, sodass man hier unten auf dem Deck 7 und 8 einmal komplett herumlaufen kann. Dementsprechend auch bis ganz nach vorne. Man dann hier den Blick zur Brücke hoch. Ja, und ganz seitlich hier vorne jetzt gerade nicht aufgebaut, aber ansonsten auch überall die Liegen und Stühle aufgebaut, sodass man auch hier dann den Tag genießen kann. Und wie jetzt gerade hier bei 17,1 Knoten sich den Fahrtwind um die Nase wehen lassen kann. Hier bei einem funkelnden Mittelmeer. Also richtig tolle Bedingungen gerade. So ein halber Seetag bietet sich natürlich super an, um eben auch die Innenbereiche des Schiffes nochmal ausgiebig zu erkunden. Dazu gehört natürlich auch das Codemuseum, also das italienische Museum an Bord. Erstaunlich groß, also relativ viel Platz, dass das hier auch einnimmt. Und interessante Ausstellungsstücke, wie zum Beispiel natürlich eine Vespa hier, darf in Italien natürlich nicht fehlen. Heute Vormittag noch zahlreich in den Gassen von Messina gesehen und jetzt hier natürlich auch im italienischen Museum. Auch andere typische italienische Fahrzeuge oder auch besondere Schiffe, wie hier zum Beispiel auch die Costa Europa ausgestellt. Also wirklich lohnenswert, hier mal einen Spaziergang durchzumachen und die ganzen Ausstellungsstücke sich anzusehen. Hier an Bord gibt es ja einige Marken, die hier auch platziert sind. Zum Beispiel gibt es die Nutella Bar, die Aporo Spritz Bar und auch hier die Campari Bar. Die ist dann hier im Theatrium. Hier hat man dann einen wunderbaren Blick nach draußen, jetzt auf den Sonnenuntergang auf dem Meer. Und dazu gibt es dann auch das entsprechende Getränk, eben ein Campari Spritz hier. Und das Ganze dann auch im Getränkepaket, also in den meisten Getränkepaketen im Preis enthalten. Ein toller Abschluss des Tages dann noch im Restaurant, wieder zum Abendessen und anschließend wieder eine tolle Show im Kolosseum. Also ich muss ja sagen, die fesseln mich doch wirklich sehr. Tolle Akrobatik, teilweise auch mit schönem Gesang, aber relativ wenig. Es ist eben eine internationale Show, dass sie eben dann auch auf allen Sprachen gut verstanden werden kann. Eben in Form von Akrobatik und Aufführung auf der Bühne. Das bietet sich auf dieser 360-Grad-Bühne natürlich ganz besonders an. Ja, jetzt kann man den Abend hier noch gut ausklingen lassen. Zum Beispiel auf dem Pooldeck, eben auch an der spanischen Treppe oder in einer der vielen Bars hier an Bord, die natürlich einladen, um noch ein Getränk zu sich zu nehmen. Wir sehen uns dann morgen wieder auf dem Weg nach Cagliari, denn dort werden wir morgen erst um 12 Uhr ankommen und noch mal einen halben Seetag haben. Guten Morgen auf dem halben Seetag nach Cagliari auf Sardinien. Ja, wir werden dort am späten Vormittag anlegen, haben heute Vormittag dementsprechend genügend Zeit, um das großzügige Schiff zu genießen. Es gab auch einen Antigen-Schnelltest, der schon durchgeführt wurde. Der wird einmal in der Mitte der Reise für alle Gäste verpflichtend durchgeführt, um auch einfach sicherzugehen, dass keine positiven Fälle an Bord sind und falls dann doch, dass sie dann eben isoliert werden. Ja, bestes Wetter heute wieder auf dem Weg hier vor Sardinien und falls das mal nicht so sein sollte, bietet sich natürlich auch hier der Las Berger Beach Club an. Das ist der überdachte Bereich des Pooldecks, wo man dann auch innen baden kann. Hier gibt es auch einige Cafés und Bars. Und was ich besonders gut finde, dass es hier noch einen ruhigeren Seitenbereich gibt. Also das ist komplett abgetrennt von diesem Beach Club. Es gibt da so zwei Durchgänge und hier ist es dann so ein bisschen ruhiger, weil in der Mitte, ihr kennt es auch vielleicht von den AIDA Beach Clubs, wenn dann dort die Kinder zum Beispiel in Poolplanschen oder insgesamt einfach viel geredet wird und vielleicht noch sogar Musik spielt, das ist relativ laut. Und hier an der Seite ist es dann so ein bisschen angenehmer, sodass man sich dann auch hier bei schlechterem Wetter sehr gut entspannen kann. Ja, und ansonsten freue ich mich gleich auf das Anlegemanöver im Hafen von Cagliari und ansonsten einfach viel Möglichkeiten. Es gibt auch einiges an Entertainment-Programmen heute Vormittag schon. Das findet halt meistens auf Italienisch oder manchmal dann auch auf Englisch statt. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Aber wenn man das möchte, gibt es natürlich ein umfangreiches Programm hier auch an Bord. Zum Mittagessen geht es in die Presse. Die Pizzeria Pomidoro darf auf einem italienischen Schiff natürlich nicht fehlen. Ist nicht im Reisepreis enthalten, aber jetzt auch nicht allzu teuer. Es ist so, dass eine Standardpizza 7 Euro kostet und wenn man im Costa Club isst, 5,25 Euro. Die Mitgliedschaft ist kostenlos, dementsprechend lohnt sich das allemal. Übrigens auch bei Ausflügen, die sind immer 25% günstiger, wenn ihr im Costa Club seid. Pizza Margherita, dann haben wir hier die Tasty Pizzas, die kosten dann etwas mehr, 9 Euro oder 6,75 Euro im Costa Club. Tonno, Prosciutto, Calzone, die üblichen Klassiker, die man kennt. Special Pizzen oder eben auch die Gourmetpizzas, wobei die sind dann bei 13 Euro schon relativ teuer. Und ja, ob man das dann benötigt, muss man selbst entscheiden, wenn da Schweinsbacke drauf sein soll. Oder eben auch Kartoffeln und Sardellen und so weiter und so fort. Also wirklich eine große Auswahl. Mozzarella gibt es auch noch und im Preis übrigens mit enthalten Desserts, Apfelkuchen, Zitronenkuchen, Mousse au Chocolat, Tiramisu oder Teller mit frischen Früchten. Nach der wirklich ausgezeichneten Pizza im Pomidoro Restaurant ging es dann heute Nachmittag wie versprochen aufs Pooldeck. Dort wirklich ein tolles Ambiente, großzügige Bereiche und jetzt bei der Auslastung so so viele liegen frei. Also dort findet man auf jeden Fall immer einen Platz. Ja und wer möchte, kann natürlich auch den Aquapark nutzen, den Tennisplatz, den es hier sogar gibt. Oder eben auch einfach die Pools im Innen- oder Außenbereich bei dem Wetter unter der italienischen Sonne. Heute natürlich die Außenpools. Und ansonsten, ja der Aquapark hatte leider nur bis 16 Uhr geöffnet, sodass es dann heute Nachmittag, als ich dann gehen wollte um Viertel vor 5, dann nicht mehr geklappt hat. Aber das hoffe ich, holen wir dann morgen oder übermorgen nach. Also da mit dem nächsten Vlog. Gleich noch ein schönes Ablegen hier in Cagliari und anschließend geht es dann zur Costa Club Night. Also heute Abend ist Formel Night sozusagen. Es gibt aktuell keinen Galaabend mit einem Kapitänsfoto. Das ist im Hygiene-Konzept nicht vorgesehen. Aber natürlich gibt es dennoch einen besonderen Abend. Also ein Kolosseum, nochmal eine besondere Costa Club-Show. Und einfach ein bisschen hochwertigeres Ambiente am heutigen Abend. Was ein schöner Abschluss des Tages. Heute die Formel Night hier an Bord der Costa Smeralda. Ganz besonderes Highlight war natürlich der Sonnenuntergang hier vor der Küste von Sardinien. Ja ansonsten ist Abendessen auch wieder sehr gut gewesen. Auch gerade im Vergleich zum direkten Konkurrenten MSC muss ich sagen, dass das Essen hier wirklich deutlich besser war von dem, was ich bisher erlebt habe. War ja vor einigen Wochen auf der MSC Grandiosa unterwegs. Und im Vergleich ist das hier schon wirklich sehr, sehr gut. Ja ansonsten noch zwei tolle Shows gesehen. Gerade einmal im Theater vorne und dann noch im Kolosseum. Vielleicht findet es sogar noch eine dritte Show heute Abend im Kolosseum statt eine Rockshow. Also wirklich unfassbar vielfältig das Ganze. Eben auch in zwei Locations, die hier angeboten werden. Gerade die Show im Theater hat mir auch sehr gut gefallen. War sehr modern und cool angehaucht. Also kann man nicht anders sagen. Ja das war dann auch schon der erste Teil des Vlogs. Ich freue mich auf die zweite Folge mit euch. Denn dann geht es von Civitavecchia aus nach La Spezia und Savona, wo auch noch mein Landausflug ansteht. Und ich werde euch die besonderen Speisemöglichkeiten hier noch zeigen. Denn es geht ins Teppanyaki Restaurant, in The Lab Restaurant, wo man dann auch selbst kochen muss. Mal gucken, ob das dann am Ende so eine gute Idee war, dass ich das gebucht habe. Ansonsten, naja, hier gibt es ja noch andere Möglichkeiten, falls es mein eigenes Essen mir dann nicht schmecken sollte. Dazu dann halt in der nächsten Folge mehr. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, schaut gerne mal unter reisen.kreuzfahrturlauber.de vorbei. Denn dort könnt ihr eure nächste Traumreise buchen. Hier an Bord der Kurs des Miralda oder auch eben auf einem anderen Schiff. Vielen Dank dafür und dann sehen wir uns wieder in der zweiten Folge mit vielen weiteren Infos hier von Bord. Bis bald, euer Kreuzfahrturlauber Fabian.